Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Assassin's Creed Low. Und das zweite Schiff werden wir natürlich auch noch einsacken. So, wieder, oh, opala, wieder runter. Wieder Flacke und so weiter. Oh, man muss ein bisschen weiter nach oben, sonst treffe ich hier nix. Die stehen aber auch da wie Zielscheiben. So, das fasst er noch. So, ich würde sagen, wir gehen rüber. Das geht zackiger. Wir müssen sowieso nach oben. Ja, 11 Hammer. 12 Hammer. 13 Hammer. 14 Hammer. 15 Hammer. Wir müssen da rauf. Auf geht's. Oh, ho, 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 ho. Fast hätte der uns gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen da rauf. Na, komm, geh nach oben. Bemüde ich. Da müssen wir rüber. Rauf. Da geht's lang. Und nach oben. Flagge zerstören. Pass. Und das Schiff werden wir auch aufnehmen. In unsere Flotte, weil das ist eine schöne Fregatte. Ich muss sagen, wir brauchen auch schnelle Schiffe. Also ein paar Pricks sollten wir uns auf jeden Fall behalten. So, dann nehmen wir uns zur Flotte. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen voll, glaube ich. Beziehungsweise ein bisschen haben wir nur Platz natürlich. So, bis Captain. Freu dich. Ein Gewinn für die Flotte. Wir werden diesen Schoner jetzt hier ein bisschen zeigen, wo es lang geht, Leute. Und diese Brick nehmen wir nur mit. Feuer! 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 Das hat gesessen. So, noch eine Portion. Läuft, Leute. Die kriegen wir. Wow, 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 Piratenjäger. Wow! Er hat uns gerammt, den habe ich jetzt gesehen. Die wollen uns entern. Okay, kommt rüber, ihr Säcke. So, kommt nur her. Wow, 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 wow. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen hier. Kein Problem. Feindliche Crew töten. Zehn. Schaffen wir. Einen Hammer. So, ihr wollt uns entern, ja? Okay. Welcome. So sieht's aus. So, ich geh da jetzt rüber, weil... Sonst wären wir hier alt. Die trauen sich doch nicht rüber hier zu uns. So. So, sieben haben wir. Und jetzt gehen wir da wieder rüber zu uns und helfen unseren Leuten ein bisschen. So, der hat hinter sich. Da wird noch gepfeitet. Zehn. Hammer. So, da. Greift mich nie wieder an, ey. Oder ihr seid wieder tot. Solche Säcke. Oder ihr seid wieder tot. Ist gut. Sie sind jetzt tot. Piratenjäger. Wie unverschimpft muss man sein, ey, Leute. Was ist denn das, euer Schiff? Ich würde sagen, wir reparieren unser Schiff mal. Weil ich weiß nicht, was das ist. Ich will nicht so ein kleines Schiff haben sonst. Aber ich glaube, das war sicher ein größeres, ne? Piratenjäger wird nicht einen kleinen Schona rumgurken. Haben wir auch voll gerammt, ey. Ja, ja, weg. Sehen sie. So, und jetzt werden wir uns dieses Schiff hier holen. Diese Brick. Ja, ja, ich muss nur wenden. Das dauert aber so. Feuer! Gleich haben wir sie. Die werden wir auch reinnehmen. So, da. Die rammen euch, nicht ihr uns. So. Die werden wir jetzt entern. Feindliche Crew zehn töten. Das sollte halbwegs zivilisiert und zackig gehen. Die steht eh schon parat zum. Boom! Abschießen! Haben wir schon zwei für einen. Er ist ja hier wie beim Aldi. Zack. Zack. Da hinten auch noch einer. Der da noch und der da noch. Ihr seid doch Flachpfeifen noch. Einen kriegen wir noch. Haben wir! Nice one! Ihr Säcke! Kniet nieder vor eurem Herren und Meister. So, das Schiff werden wir uns auch reinverleiben. Und dann werden wir Richtung Ziel segeln. Ah, jetzt haben wir aber ordentlich kassiert, Leute! Ordentlich! Ich werde auch mal zur Seekarte schnell runter gucken. So, zuerst gucken... Oh, kommt denn hierher? Wow! Fregatte! Ja, die greifen uns sicher an, oder? Ne, die geben sich das gegenseitig. Ich würde sagen, diese Fregatte könnten wir uns noch holen. Feuer! Bereit zu Feuer! Die holen wir uns noch. Unterstützen wir unsere Kumpels, die Engländer. Feuer! Wir wurden gekauft! Feuer! 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 Ja, das läuft. Das läuft, Leute. Ich bin voll am fighten, Leute. Da fehlen mir die Worte fast schon. Da fehlen mir die Worte fast schon. Feuer! So, wir haben sie. Und den lassen wir in Ruhe. Das ist der Engländer. Der kann ja mit dem da hinten fighten. Wir werden dieses Schiff jetzt einnehmen. So. Die entern wir. Männliche Crew töten und Flagge zerstören. Alles klar. Oder? Ja. Oh, ich hab mal. Die Crew. Ja, ich kann nicht weiter rüber. Das ist das Blöde. Gut, geh mal rüber. Die sieben Leute schaffen wir, ja. Ey, ey, ey. Ey! Unverschämter. Sehr gemein. So, jetzt reicht's. Es geht auch anders. So schaut's aus. So, schaut's aus. So, den haben wir. Jetzt werden wir nachladen hier. Chillig nachladen. Und da aufmischen. Da gibt's nämlich nur einige. Hoppala. Oh, komm. Zwei noch, Leute. Zwei noch. Einer noch. Fertig. So, jetzt die Flagge noch. Wir müssen nach oben wieder. Das machen wir hier bekanntlich. Ey! Ey! Du willst sterben? Okay. Ist in Ordnung. Stirbst du? Ich hoffe, das war's wert. Ey! Nach oben. Oh. So, jetzt. Aufwärts geht's. So. Mach Platz hier oben. Hier ist nicht Platz für uns beide. Oh. Mal ein bisschen aufpassen, wie wir hier oben sind. Ey! Wer war das? Aber du spinnst wohl ein bisschen. Verpiss dich bloß. Hat der auf mich geschossen. Ey! Wie am Seil hängt. Und bumm. So. Jetzt gehen wir aber da rauf. Bevor meine Crew hier nur drauf geht. So. Rauf, rauf. Komm. Rauf. Ja, ein bisschen. Wir haben zwar noch genug Crew-Member, aber... Wir müssen die ja nicht opfern, ne? Weg mit der Flagge! Ja! 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 So. Ich bin neugierig, wie viele Schiffe man nur aufnehmen können. Also diese Brick nehmen wir auf jeden Fall. Schoner möchte ich nicht nehmen. Die sind zu klein. Die bringen wirklich nix. Wow! Hat sie richtig rentiert. Wir nehmen das! Bist Käpt'n? Freu dich! GZ! Ein achtbarer Fang! Bringt die Hauptsegel in den Wind! So, Leute. Damit aber was weitergeht. Jetzt haben wir genug gefightet. Werden wir jetzt Richtung diesen Fort. Wir wollten ja dieses Fort einnehmen, ne? Und... Oh! 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 Kommt ne gescheite Welle. Das ist richtig geil mit den Wellen hier. So, Leute. Das ist ein Dreier vor. Also das wird schwierig. Wir müssen da raus aus der Schussfläche. Weil da kommt gleich die Artillerie runter. Wir müssen näher ran. Wir müssen einfach näher ran, Leute. Oh, scheiße. Wo kommt der jetzt her? Wow! Jetzt wird's aber Hardcore hier. Diese scheiß Eisberge. Wow! 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 Wir müssen jetzt wirklich näher ran hier. Sonst kriegen wir aufs Maul. Feuer! 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 So, das reicht mit näher ran. Ja, ich feuere ja auch gleich. Feuer! 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 Wir müssen da ein bisschen raus aus dem Mörserfeuer. Oh, was für ein Fight, Leute! Na? Oh, 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 oh! Oh, ich muss aufpassen, dass sie da nicht dagegen donnert. Oh, 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 oh! Jetzt haben wir gefressen. Oh, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, Leute. Sonst gehen wir da nur drauf. Jetzt wird's kritisch, Leute. Wir müssen dieses Schiff hier erledigen, damit wir uns heilen können. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Das wird schwierig. Der Rande uns der... Fuck! Fuck, 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 jetzt kriegen wir aber. Oh! Komm! Lasst uns den rammen da. Oh! Oh, wir haben's nicht geschafft, Leute. Das ist aber auch hardcore. Da muss unser Schiff noch stärker werden. Wir müssen das ab... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss! 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 Vielen Dank.